Glück zu, meine Herrschaften. Pumput nennt man mich in der Oberlausitz. 300 Jahre bin ich alt. Sie haben richtig gehört, 300 Jahre. Einzog ich zu Fuß von Mühle zu Mühle und brachte den guten Müllersleuten Glück in die Mühle, welche mir Herberge und Arbeit gaben. Aber es gab auch boshafte Müllersleute. Die strafte ich. Im Diener Mühstein zerbrach, das Wasser verseckerte, das Mehl wurde schimmlig. Ich hätte nie gedacht, dass Fahrradfahren so einen Spaß macht. Und heute fahre ich oft zur Arbeit damit. Fahrradfahren ist gesund. Das sollten Sie auch mal ausprobieren. Aber nicht mit solch einem Hut. Nehmen Sie sich einen Fahrradhelm, dann fahren Sie sicher. Aber nun muss ich schnell weiter. Ich habe noch mehrere Stadtführungen durch Bautzen zu führen. Tschüss, klickt zu, euer Pumfurt aus der Oberlausitz.